Moin Leute, in letzter Zeit kam immer häufiger die Frage auf, wann bei mir das erste Gewinnspiel stattfinden wird. Gerade jetzt, wo ich die letzten Meilensteine wie die 5000 Abonnentenmarke oder die Millionen Views durchbrochen habe, kam diese Frage immer häufiger. Und ich muss euch heute mal erklären, warum sowas bei mir bisher nicht stattgefunden hat und auch in Zukunft nicht stattfinden wird. Diese Sache mit diesen Gewinnspielen sorgt schlussendlich dafür, dass das den Kanal extrem schädigt. Manche YouTuber denken das Game nicht so ganz bis zu Ende durch, sondern fangen so einen Gedankengang nur an und denken sich, hey, wenn ich das mache, dann kriege ich irgendwie 2000, 3000 Abonnenten mehr. In manchen Fällen verdoppelt oder verdreifacht sich der Kanal sogar. Doch schlussendlich ist das eine extrem schädigende Geschichte. Stellt euch mal da draußen als Zuschauer für einen kleinen Augenblick vor, ihr seid YouTuber. Ihr bringt so ein Video raus, wo es um so ein Gewinnspiel geht. Und eure Zuschauer machen dann quasi, was ihr dem vorgeschlagen habt, mit hier abonnieren, da mal kommentieren, da mal liken und so. Ihr kennt das ganze Drama ja. Und dann macht dieser eine Zuschauer, der richtig schön rollig ist auf so einen EPF2, Elite X oder sonstigen Scooter, den ihr im Gewinnspiel habt, der ist da richtig rollig drauf. Also nimmt er sich natürlich das Handy seiner Eltern, nimmt das Handy seiner Freundin, von allen möglichen Verwandten, abonniert, liked, kommentiert und so weiter und zack, habt da irgendwie mit ein paar tausend Abonnenten, die ihr bisher hattet, auf einmal 10, 15k Abos gemacht. Das ist eine verdammt krasse Geschichte. Und in größeren Dimensionen, wenn man noch größer ist, ist dieser Impact natürlich noch heftiger. Das ist der Grund, warum das sehr viele sehr, sehr gerne machen. Also, ich kann euch dazu nur sagen, wenn ihr diesen Schritt geht und diesen Schritt vollzieht, passiert Folgendes. Wenn ihr das nächste Mal ein Video hochladet und ihr habt dann, keine Ahnung, eure Abonnentenzahl verdreifacht, aber eure Aufrufzahlen bleiben gleich, denn eure richtigen Abonnenten, die eure Videos gucken, mit euren Videos interagieren, ist ja nicht größer geworden. So, ihr habt ja nur ganz viele Fake und tote Abonnenten mit dabei bekommen, was schlussendlich für den YouTube-Algorithmus heißt, hey, nicht mal seine eigenen Abonnenten gucken seine Videos, dann spiele ich das jetzt gar nicht so weit aus. Und das schädigt auf lange Frist den Kanal extrem. Vor allen Dingen stellt es bei Firmen auch kein gutes Licht dar, wenn du irgendwie 20.000 Abonnenten hast, machst du aber nur 2.000 Klicks auf ein Video. Das ist genauso räudig. Das heißt, du musst in Zukunft dir auch noch Klicks kaufen und all so eine Sachen, damit dein Kanal nicht ganz so blöde dasteht. Und das sind so Geschichten, das sind so Sachen, die dafür sorgen, dass der Kanal schlussendlich einfach stirbt. Denn diese Gewinnspielsachen, das ist nichts weiter als eine ganz kurze optische Spritze, dass die hübschen Abonnentenzahlen, Aufrufzahlen und sowas einmal ganz kurz hochpicken, das ist vielleicht für irgendwelche Verhandlungen oder sowas dann irgendwie einmal ganz kurz sinnvoll und dann sieht man, dass in Zukunft der Kanal immer weiter down geht und dann passiert Folgendes, es kommen immer mehr Gewinnspiele, immer mehr Sachen dieser Art, weil man weiß, damit generiert und abonniert man irgendwie den Kanal. Leute, das ist so eine never ending story. Und das ist so ein Grund, warum ich sowas hier auf gar keinen Fall machen werde bei mir auf dem Kanal, denn ich bin der Überzeugung, dass der Kanal von den Sachen, die ich hier mache, die ja hoffe ich relativ einzigartig hier in YouTube Deutschland sind, dass die dazu beitragen, dass der Kanal von sich aus einfach natürlich immer größer wird. Denn es bringt nichts, wenn man hier ganz viele zehntausende tote Abonnenten rumliegen hat, das ist schädlich für den eigenen Algorithmus, das ist schädlich für die Außendarstellung, denn hey, was sagt das über dem Kanal aus, wenn du 50.000 Abonnenten hast, aber deine Videos nur 2.000, 3.000 Klicks machen? Schwierig das Ganze, wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, egal wie wir diesen Hasen drehen und wenden, das ist nichts weiter, als dass das ganz kurz einfach so ein zahlentechnischer Impact ist, aber auf langer Sicht macht das alles nur noch schlimmer. Und noch schlimmer ist natürlich, wenn so total durchgefagte Accounts irgendwie bei Firmen schon mies dastehen, weil sich irgendeine Firma, die so einen Influencer gebucht hat, irgendwie mit 20.000 Abonnenten und sieht, oh, da kommt aber gar nichts bei rum mit Views, die ist das? Da werden die garantiert nicht mit einem Influencer reden, der irgendwie 5.000, 6.000 Abonnenten haben, weil die sich denken, oh, da kommt dann aber gar nichts mehr bei rum. Und das ist genau das Falsche, weil der Typ mit den 5.000, 6.000 Abonnenten dann echte 5.000, 6.000 Abonnenten hat und genauso viele Klicks macht oder sogar noch mehr. Und das ist halt die schwierige Sache an dieser Geschichte. Deswegen, ich habe so ein kleines Grundverständnis dafür, dass manche YouTuber sich denken, hey, ich muss das einfach machen, weil alle anderen das auch machen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr den geraden, straighten Weg hier auf YouTube geht, dann dauert das alles etwas länger, etwas viel länger, als man normalerweise vielleicht für diese ganzen Sachen brauchen würde. Aber schlussendlich hat man einen echten Kanal, der auf echten Abonnenten mit echten Klicks beruht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe vor, den Hasen hier in 10 Jahren noch zu machen und ich hätte gerne so einen silbernen Playbutton mit 100.000 Abonnenten. Und ich will da nicht irgendwann drauf gucken und mir denken, hey, cool, 70% davon sind ja fake durch Gewinnspiele und keine Ahnung was für Pay-to-Win-Sachen, weil nichts anderes sind Gewinnspiele. Das ist quasi wie in Gaming Pay-to-Win. So, ja, du butterst Geld rein, um irgendwelche Sachen dahin zu schicken und so. Leute, das ist einfach so jeglicher Fernab von jeder Realität. Also es macht an allen Ecken und Enden gar keinen Sinn, außer dass man für eine ganz kurze Sneak-Moment-Sekunde sein Abo aufbläst, weil man sich denkt, ich habe meinen Kanal verdreifacht, der ist jetzt riesengroß. Und so eine Geschichte, wisst ihr, wie ich meine? Das macht halt auf allen Ebenen der Existenz nicht den geringsten Sinn. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, wie ich so über diese Gewinnspiel-Sachen denke. Aber ich denke, das ist nichts anderes, wie sich damals irgendwelche Freunde mit Pokémon-Karten kaufen oder sonstige Dramen-Sachen. Also, wenn du denkst, dass du nicht selbst genug Wert hast für diese Sachen, dann ändere entweder etwas an dir selbst oder wenn du im Online-Dasein da bist und du merkst, deine Sachen ziehen nicht, dann hör halt einfach auf. Aber fang keine Gewinnspiele an. Das ist die Message. Fang keine Gewinnspiele an. Dementsprechend kann ich euch nur sagen, macht euch keine Gedanken. Der Kanal bleibt true, so wie er ist. Hier werden keine Gewinnspiele oder Pseudo-Sachen stattfinden. Das bleibt alles hier ganz genau so, wie es ist. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher sage ich wie immer an der Stelle, drive long, feel free. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Kanal abonnieren nicht vergessen. .